Jojojo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, ähm, nein, zu dem, sag ich mal, Infovideo. Mein PC ist da. Ich spiele im Hintergrund hier, ähm, währenddessen Borderlands. Ihr könnt ja auch mal sagen, ob ihr das öfter sehen wollt, dann spiele ich nämlich von Anfang an wieder, ähm, das ist jetzt eine ercheatete Welt, also, ercheatete, ja, das kann ich euch mal kurz zeigen, hier, das ist Money und so, blablabla, das ist gecheatet, weil ich hatte einfach mal Lust drauf, fand ich mal ganz lustig, und, ja, ich werde, ich hab das, es tut mir so leid, ich hab gestern, ähm, und dann wollte ich ein Video aufnehmen, dann ist mir die Tonspur kaputt gegangen, und das war dann um 24 Uhr, und das konnte ich dann einfach nicht mehr bringen, weil, dann, hatte ich keinen Bock mehr, ehrlich gesagt, und, ja, dann bin ich heute Morgen aufgestanden, hab gedacht, man, ich hab mir eigentlich immer noch keinen Bock, aber, ich muss jetzt mal rausbringen, weil sonst denkt ihr noch, wir hatten das für einen Arsch, aber, ihr wisst doch schon mal, was ich meine, oder? Ihr wisst, das schon, das wisst ihr doch, mit, pff, geilster Beschreibung ever. Jo, wahrscheinlich, oder? Ähm, aber ich, werde auch nicht so viel reden, weil, tja, das Spiel macht Spaß, und, dann, lasst euch mal ein bisschen, und, dem, what the fuck, spiel hier, und, ja, ja, Kaboom! Oh, ja, in your face, Mama. Oh, ja, Zuckerheil! Boah, halt, ja, mein Cock! Junge! Junge! Ey, das ist Sex nach dir. Dein Arsch blutet. Mami! Dein Arsch blutet. Ja, das kommt schon, Mama. Ich glaube, das spricht wieder viel zu leise. Allzu spricht wieder lauter. Ich bin immer so weit von Mikro weg, das ist auch mal vorbei. Ich muss mir ja, meinen Ständer holen, nicht was. Also, mein, äh, Mikrofon-Ständer! Ihr wisst schon, ich meine. Den Ständer da unten. Zwischen meinen... Sachen. Aha. Äh, nein, warte. Nicht pervers denken. Kann man auch gar nicht. Wie soll man denn so etwas pervers denken? Voll unlogisch hier. Ich spiele es noch bis Bloodwing. Bis zum Endbuskampf. Und dann zeig ich euch, wie schnell ich den Kalt mach, weil, boom, Junge. Ich glaube, 17. Zuck, 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 zuck. Oh Gott, nee, ich will jetzt nicht rein, oder? Ich will da doch gar nicht rein. Ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Ich geh da nicht rein. Du, mach mir Party. Ja, ja. Ja, ist so geil. Oh, sorry. Ich mache Party. Ich tanze Samba. Komm, bleib durch. Wir tanzen jetzt. Oh mein Gott, das ist ein Vogel. Ey, man kann echt denken, das ist was ganz anderes. Dieser unvernünftige Vogel. Du bist so scheiße. Du scheiß Vogel, Mann. Unvernünftiger Vogel. Bleib doch stehen. Eigentlich hätte ich schon längst der Mischprogramm, aber ich war so blöd und habe nach so einem zuvor eingesetzt, meine Geschütze. Oh Gott. Ja, so geil. Ja, so geil. Wenn ich jetzt keine In-Game-Sounds hört, das tut mir dann ziemlich leid. Ich weiß gerade nicht, was mit meinen In-Game-Sounds los ist, weil, ja, die sind irgendwie gerade am Arsch. So, bumm, Junge. Oh, Ron. Ich glaube, das ist schlecht. So, Mordor-Bloodwing-Typ. Komm doch mal, ich schwör. Komm doch mal. Was war das noch für ein Elementar? Nein, nein. Das war's nicht. Slack. Du, 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 du. Ähm. Ja. Das ist okay. Was war die letzte Elementarfähigkeit noch mal? Ach ja, genau. Ich weiß es wieder. T-E-E-A-N-T-E Okay. Ähm. T-T-T-T-T-T-T. Wir müssen wir jetzt entsehen. Ich habe solche Felsen. Soooo Dreharmon face Tsch! Do do du 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 Duu Duuuu Ok ich ist jetzt Entschmerz Mein ط vet Mein houuu Ok ich weiß dass ich ein idiot bin aber So ein große hätte ich auch nie gedacht Sorry Ich bin einfach so dumm Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Nein! Boah, ich bin ausshrotet! Oh, f*** dich! Komm schon! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe noch nicht mehr. Zuck, 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 zuck. Iridium. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So ist das. So geil. Nachsenter. Ich bin immer wieder. Oh yeah, da ist wirklich ein weitergegangen. So, da sitzen wir dann auch. Ja, heute witzig. Wenn ihr jetzt wisst, wie ich nachmache. Oh, hier ist noch ein Makro. Meine Kraft, 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 meine Kraft. Meine Kraft, 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 meine Kraft. Blablabla Ok, ich höre auf So, ich soll irgendwas machen Das werden wir sehen, wenn ihr wollt, dann springt ich entweder an dieser Stelle weiter wenn ihr so das wollt Ja, ich geb die schon auf 5 BAM Woo, so ist das geil Oder wir fangen noch von neu an Ich glaub ja, ihr wollt eher, dass ich noch von neu an fange ohne Cheaten dann So, und Jo 39.000, ich weiß, dass ich da so ein Versteck verbirgt So, Leute, ich find's hier nochmal Ich hab das Ende des Videos So, bei dieser Stelle hören wir auch wieder auf Das war's Leider nicht richtig geschnitten, nicht richtig beendet Wie gesagt Ich bin jetzt noch nicht mehr Profi, aber Ich wollt nochmal richtig zu sagen, weil so gehört sich das Und Ich bin hier im 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 Nein, er heißt Im Startscreen von Borderlands Und ich sag einfach Noch einmal Ciao und Haut rein Bis zum nächsten Mal Ich bin Vielen Dank.